Lassen wir mal auf dem 100er, das ist okay. Weil Balance sieht hier eh nicht gerade gesund aus. Komm schon, Daniel Servus, grüß dich. Dankeschön, willkommen. Na, zusammenbleiben? Hoch mit dir. Mann, schwierig Mann. Mann, 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 Mann. Guck mal, wieder zwei Wappen und Kerkennäckchen. Das ist scheiße. Nach rechts, hopp. Und noch einmal nach rechts oder links. Gut. Na, fertig. Hoch. Hoch. Mann. Okay. Ging doch noch gut. Zeig, 11x Amuli drin. Und nichts. 60 auf dem Tower steht, wieviel ist es immer noch? Sechse, ok. Mal gucken, kann ja noch was werden. Benjamin, servus, grüß dich, dankeschön. Samuel Mann, danke Bro, was geht ab? So, jetzt nimmst du die Kiste mal bitte ordentlich aus, dann bitte danke, danke, tschüss, jub, jub. Oh, Guru, was geht ab, Bro? Guru, 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 Dankeschön. Ue, Buonasera, amigo mio, nach rechts bitte? Ja, bleib doch zusammen, he. Fest geht's nicht. Hallo, hopp. 250 immer auf dem Tafel stehen. Nach links bitte, nach links. Alter. Oh, noch ein zweiter war bei X20 am Multi, Leute, das muss man sich erst mal vorstellen. Tiger, der dreht komplett durch. Komm hoch. 500er Mange geknallt. Samuel Mann und noch ein Wappener, aber keine Knicks. Stell dir mal vor, mit drei Wappen, ja. Alter Vater. Am Anfang hab ich gezweifelt, aber gut, dass wir da rein sind. Zusammenbleiben, Mann. Oh, 600er Mange geknackt, da wird jetzt noch altes Mange da her. Guter alt. Noch mal ein 100er. Das war der letzte Schuss, bin 620 starker bezahlt. Schöne auf ihn, Alter. Und das auf dem 130er. Brutal. Brutal. Berlin steht auf 2-2.